Was geht Leute, der Lenny wieder mal hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lenny Falschholt So ist es, meine Freunde, ich habe gerade eben meiner Snapchat-Geschichte erzählt, dass ich heute kein Video machen möchte, weil es mir gesundheitlich nicht allzu gut geht. Ich höre mich wahrscheinlich auch etwas erkältet an, das tut mir sehr leid. Aber es sind jetzt gerade eben neue Informationen zu Pokémon Go rausgekommen und da dachte ich, Alter, das kann ich euch nicht vorenthalten. Da muss dann die Gesundheit leider ein bisschen darunter leiden. Und über diese Neuigkeiten möchte ich euch ganz kurz und ganz knapp berichten. Pokémon Go hat ja in Japan die Beta-Phase gestartet, beziehungsweise diese Feldtests, wie sie es da genannt haben. Und obwohl es da eigentlich sehr geheim und unter Verschluss bleiben sollte, sind einige Datensätze ans Tageslicht gekommen. Und zwar zum Beispiel der Fakt, wie ich ihn mir nämlich schon gedacht habe, Es werden nur, beziehungsweise vorerst, nur die ersten 151 Pokémon in Pokémon Go vertreten sein. Dennoch aber alle Typen, sprich auch Unlicht und Fee etc., die es in der ersten Generation eigentlich so ja noch gar nicht gab. Diese 151 Pokémon werden eingeteilt in drei verschiedene Klassen. Da gibt es Normal, Legendär und Mystisch. Was das jetzt genau bedeuten soll, weiß man noch nicht genau. Ich schätze mal, Normal sind eben die normalen Pokémon, Legendären könnten eben die legendären Pokémon sein. Mystisch, was auch immer das heißen mag. Ich denke mal, da werden einige legendäre Pokémon, wie wir sie kennen, auch drunter fallen. Eventuell gibt es so spezielle Formen der legendären oder auch der normalen Pokémon, die dann auf eine gewisse Art von Weise dann eben mystisch sind. Mal schauen. Auf jeden Fall starten wir Pokémon Go Richtig Leben am Limit. Das heißt, wir starten das Spiel ohne Pokémon und dürfen uns trotzdem ins hohe Gras begeben. Wow. Das wird gefährlich. Zudem beinhaltet Pokémon Go 232 Pokémon-Attacken, von denen 95 sogenannte schnelle Attacken sind. Was das jetzt genau bedeutet, weiß man ebenfalls noch nicht. Was ich schätze ist, dass schnelle Attacken eben Attacken sind mit hohem Initiativewert. Sowas wie Huck-Zuck-Heap oder sowas eben. Außerdem wird es in Pokémon Go auch Attacken geben, die man so noch gar nicht kannte. Wobei ein Name gefallen ist, nämlich Mondgewalt, was eine Attacke in Pokémon Go sein soll. Mondgewalt hört sich irgendwie krass an. Wow. Orden und Belohnungen für Leistungen dürfen natürlich nicht fehlen. Diese Orden bekommt man bei Pokémon Go anscheinend für Leistungen, die man selber erbracht hat. So wie das Laufen von bestimmten Distanzen oder wie oft man irgendwie Pokébälle geworfen hat oder irgendwelche Stops an bestimmten Orten. Sowas wie ein Achievement-System quasi. Finde ich selber gar nicht mal so scheiße. So kann man nämlich nicht nur innerhalb des Spiels irgendwie, weiß nicht, eine Arena machen, wobei es Arenen ja angeblich auch geben soll, sondern kann dann selber auch, indem man einfach eine bestimmte Strecke gelaufen ist oder so, einfach so eine Art Achievement oder so eine Art Errungenschaft eben freischalten. Finde ich gar nicht mal scheiße gemacht. Zudem gibt es sieben verschiedene Charaktereigenschaften der Pokémon. Und welche da zum Beispiel wären Ruhig, Beschützer, Assassine, was sie sehr krass anhört, Räuber, Wächter, Hüter und Champion. Wie sich diese Eigenschaften allerdings auf das Pokémon auswirken, kann man so noch nicht genau sagen aus diesen Datensätzen. Was ich mir vorstellen kann, ist einfach, dass es irgendwie sich auf die verschiedenen Werte irgendwie auswirkt oder, keine Ahnung, vielleicht werden auch wieder so Beziehungssachen zwischen Trainer und Pokémon eine wichtige Rolle spielen. Da kann ich mir vorstellen, dass da das eine irgendwie ein bisschen effektiver auf diese Beziehung sich auswirkt als das andere. Man darf also gespannt sein. Entwicklungen der Pokémon laufen übrigens über Entwicklungssteine. Anscheinend nicht über Level, wie wir es sonst so gewohnt sind, sondern nur über Entwicklungssteine. Entwicklungssteine bekommt man über Entwicklungsscherben. Wie man Entwicklungsscherben bekommt, weiß ich leider noch nicht. Anscheinend soll man über diese Entwicklungsscherben dann wahrscheinlich sich die Entwicklungssteine dann ihr mit zusammen puzzeln und kann anhand der dann die Pokémon entwickeln lassen. Wie allerdings genau das umgesetzt wird in Pokémon Go, kann man so noch nicht genau sagen. Zum allgemeinen Spielprinzip von Pokémon Go sei gesagt, die Optik bzw. den Charakter, den man spielt, kann man optisch verändern. Man kann sich auch wieder aussuchen, ob man Junge oder Mädchen spielen möchte. Und anscheinend bisher sind es 52 Elemente, die man nach seinen Vorstellungen anpassen kann. Einige davon werden in einem Video gezeigt. Ich kann euch das unten mal in der Beschreibung verlinken. Das wird dann einfach der erste Link. Und da sieht man auch schon ein bisschen Gameplay. Und ich finde optisch sieht das Ganze echt sehr liebevoll gemacht aus. Es ist noch ein bisschen leer. Ich weiß nicht, ob es jetzt so bleiben wird. Ich denke mal, das Ganze ist ja jetzt noch Betamäßig. Aber es ist halt schon relativ weit. Und ich finde im Allgemeinen, finde ich es aber sehr schön farblich gehalten, dass es halt auch wieder zu Pokémon passt. Und ja, so wie das aussieht, gefällt mir das schon mal ganz gut. Und unser Itembeutel fasst um die 1000 Gegenstände, die man mit sich tragen kann. Derzeit bekannt sind dann ebenfalls so verschiedene Kategorien, so wie Pokébälle, Medizin, Kamera, Nahrung, Spezialgegenstände und Verstärker. Ja, sprich Boosts, etc. Kamera finde ich sehr interessant. Verstärker finde ich ebenfalls sehr interessant. Spezialgegenstände werden dann hier so wahrscheinlich für die Basis-Items sein. Detektoren oder sowas. Vielleicht findet man ja in der Wildnis auf einmal irgendwelche freiliegenden Items. Fände ich übrigens sehr cool. Und es soll Mikrotransaktionen geben. Das heißt, man kann sich Gegenstände aus dem Spiel also für echt Geld kaufen. Inwiefern das jetzt genau umgesetzt wird, beziehungsweise wie das aussehen wird, kann ich noch nicht genau sagen. Ich habe damit gerechnet und bin daher nicht sehr überrascht. Deswegen, die App an sich wird ja kostenlos. Das ist jetzt offiziell auf jeden Fall schon klar, dass die nichts kosten wird. Von daher finde ich Mikrotransaktionen in der Hinsicht gar nicht mal so schlimm. Sofern sie nicht zwangsmäßig werden, beziehungsweise sofern man jetzt sich Pokébälle zum Beispiel nicht nur über Mikrotransaktionen kaufen kann. Was halt schön wäre, wenn halt, keine Ahnung, man sich halt eine gewisse Anzahl von Pokébällen dann eben erst für echt Geld kaufen kann oder sonst irgendwie sowas. Und was ich schade fände, wären Pay-to-Win-Sachen. Sprich, irgendwelche Sachen, die man sich dann für echt Geld kaufen kann, dass man dann irgendwie besonders krass, besonders stark ist und im Vorteil gegenüber anderen Spielern. Ich denke mal, die Interaktion zwischen den Spielern wird in Pokémon Go auch wieder gegeben sein. Ob es sowas wie einen Wundertausch geben wird, weiß ich nicht. Aber was ich mir eben vorstellen kann, sind internationale Kämpfe dann übers Internet oder sowas eben. Und gerade bei sowas fände ich Pay-to-Win dann sehr beschissen. Aber gut, wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen. Ich denke mal, dass sich das Ganze dann eher auf Bälle, Tränke etc. beziehen wird. Außerdem soll es Pokémon-Eier geben. Ja, wie man die ganzen Eier dann ausbrütet, ist so noch nicht klar. Ich schätze mal, dass Pokémon Go über einen Schrittzähler verfügen wird, beziehungsweise das Ganze dann irgendwie über gelaufene Meter oder sowas dann ausgerechnet wird und anhand irgendeiner gewissen Anzahl von Metern oder Schritten wird das Ei dann nach und nach ausgebrütet werden, so wie man es eigentlich ja gewohnt ist. Von daher sehe ich da eigentlich gar keine andere Möglichkeit, das wirklich Pokémon-getreu umzusetzen. Außerdem, wie ja bereits bekannt gewesen, es wird verschiedene Landschaftsformen geben. Wie jetzt in dem Datensatz zum Beispiel aufgetaucht ist das Gebiet Wald. Und da sollen dann eben auch verschiedene Pokémon, die man dann im Wald so findet in den Spielen, sollen dann eben im Wald auch eher auftauchen. Ja, das waren bisher die ersten Informationen, die es zu Pokémon Go gibt. Ich dachte, das werde ich euch jetzt einfach mal in einem ganz kurzen Video so zusammenfassen. Ich muss das Ganze jetzt hier ein bisschen ablesen und das Ganze ist mega improvisiert gerade. Ich wollte, wie gesagt, heute eigentlich überhaupt kein Video machen, aber dachte, das kann ich euch nicht vorenthalten. Deswegen entlasse ich euch jetzt auch schon. Aber bevor ihr gehen dürft, schreibt mir doch bitte nochmal in die Kommentare, was ihr davon haltet, beziehungsweise was ihr zu den ganzen neuen Dingen sagt, die jetzt so ans Tageslicht gekommen sind. Würde mich auf jeden Fall brennendst interessieren. Schaut euch auf jeden Fall noch das Video an, das ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort gibt es ein bisschen Gameplay-Footage, so ein paar Screenshots, so ein paar Mittelschnitte gecaptchert vom Handy. Ich werde mich jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückziehen und mir noch einen Tee machen und schnell wieder gesund werden, sodass wir uns im nächsten Video wiedersehen können. Bis dahin, macht's gut, haut rein Leute, ciao!